Ich weiß, ich bin so ein melancholischer Mensch, aber diese Nummer ist so was, die ist total aufbauen und die ist vor allem sehr schnell entstanden, gell? Wir haben irgendwie da gesessen, haben an einem Song gearbeitet und dann war hinten dran, in der Session drin, das hier. Und ich so, was ist das? Und er so, keine Ahnung. Und ich so, okay. Dann haben wir angefangen zu singen und dann hatten wir, glaube ich, echt innerhalb von einer Stunde den Song. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Ja! Dann dachten wir uns, egal ob die Leute den schlecht finden, eine Stunde, das ist die perfekte Geschichte, das muss aufs Album drauf. Und er kommt jetzt. Und er kommt jetzt. Und er kommt jetzt. Spassier! 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 Oh Die Strafe kommt in die Welt All in die Luft Die Strafe kommt in die Welt All in die Luft 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 So don't stop your soul Your thunder and lightning You're the sun Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh You send me me or oh Oh Now Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh